Hey und herzlich willkommen. Wir legen los mit einer Tanzverbot ASMR Reaction. Tanzi ist ein drittes ASMR Video. Erst habe ich es extrem gefeiert. Das zweite war okay. Und jetzt bin ich gespannt. Ich sehe nur sein Mikrofon nicht. Wir haben gerade ein kleines Soundtest gemacht. Ich bin gespannt, wie gut es wird. Das ist eine gute oder das schöne finde ich eine ganze Sache. Ich finde Tanzverbot nimmt das ja auch sehr ernst. Also für seine Verhältnisse sehr ernst. Schade, dass das ein Mikrofon nicht schön da rangezogen hat. Er hat auch so ein bewegliches, oder? Was ich nice finde, ist das Lager vorher drauf. Ich hatte gerade schon gesehen, das werden Chicken Wings sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Das andere weiß ich noch nicht. Was ist sonst von mir? Das war ein Läscher. Oha, ein Burger. Das sieht gut aus. Der kann es auch fast nicht glauben. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Hunger muss ich sagen. Ja, der sieht gut aus. Ein bisschen zu wenig Soße. Ich bin mega Soßen Fan. Als würde er immer so heißen. Lass ihr es schmecken, dann sieh. Ich wette, das wären ultra nice Sounds. Ich bin nicht der größte Fan von Mukbang ASMR. Deswegen mache ich es persönlich selbst sehr, sehr, sehr selten. Demnächst möchte ich mal wieder eins machen. Aber ja, es ist schade, dass ihr das Mikrofon so weit weg ist. Wie er es einfach nicht selbst abschlägt. Nee, der ist immer viel zu ordentlich. Aber alles für Isma. Für die Trigger. Echt wenig, wenig, wenig Sound an sich. Weil das Mikrofon dann weit weg ist. Ich mache euch das erstmal schön in die Nacht, okay? Moment. Wie hat es... Wie hat es... Schneide. Ich habe es versucht ein bisschen nachher zu machen. Wenn man wenig hört. Wenn man wenig hört. Aber an sich ist es sehr, sehr nice. Ich mag es, wie er es ist. Und es ist auf seine Art und Weise... Lassler-Bot ist übrigens tatsächlich ein sehr, sehr großer ASMR-Fan. Und dann ist es einfach in Kontakt zu... Ja, ja. Zum Beispiel. Und die sich wahrscheinlich gut verstehen. Was man so gesehen hat. Ähm. Hat er zum Beispiel auch seinen Follower. Oder hat ihn sogar einen Sub. Bei Andy Douglas. Ja. Man wird ihn kennen. Englisch live auf Street Deans aktuell gar nicht mehr. Oder man hat keine Videos. Das liegt mehr aktiv. Ähm. Da hat er zwei Spiele gesuppt. Das Video dauert er immer wieder mal. Ja. Es sieht aus, als würde er einen Schock machen. Also aber das ist seine Art und Weise. Er macht es. Auf seine Art und Weise. Als Schock. Aber auch ernst. Also. Ich finde es vielleicht okay. Fokus und bald. Weiter. Oh mein Scheiß. Oh mein Scheiß. Oh mein Scheiß. Ich hab ein paar Sons rein. Du darfst den gerne mal bewerten, wie ich das mache, ob es dazu passt. Also, ich persönlich kenne mich nicht so gut aus, muss ich sagen, ich denke, wenn das Mikrofon näher angezogen hätte, wäre es richtig gut geworden. Übrigens daran, dass er es auf seine Art und Weise ernst macht. Finde ich mit welchem Face, okay? Das Face. Aber so muss man ausschauen, wenn man Burger gegessen hat. Dann macht man alles richtig. Von daher ist es wahr und stimmt allerdings, dass alles Geschmacksache, ob es einem gefällt. Ich glaube, wir werden gar nicht mehr so lange machen. Ich hatte jetzt noch mit dem Papierbüscher. Das wäre so sinnvoll gewesen, wenn er so ein bisschen runter abgezogen hätte. Das wäre jetzt so unsatisfying. So gut. So gut. So gut. So gut. ungesundes Zeug. Bitte trinkt einfach lieber Wasser anstatt zu brause Zeug. In Getränken ist das meiste Zucker. Könnt ihr euch lieber einen Snickers, bevor ihr so eine Flasche trinkt und trinkt lieber Wasser mit. Schmrudeln oder still. Das ist voll mit Zucker. Da sind bestimmt zwölf Würfelzucker drin. Schmrudeln. 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 Das war neis und feierlich. Den habe ich gefeiert. Den war nicht zu erwarten. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, dessen Essen zu genießen. Genießen. Genießt er. Genossen hat. Ja. Das ist toll. Aber sowas bringt halt gut umüber. Das ist nice. Spend. 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 Sp